Ja, hallo, willkommen, mein Name ist der NewerLP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, die HD-Version. In der letzten Folge haben wir das Spiel begonnen, hatten einen sehr merkwürdigen Traum, oder auch nicht? Und sind hier auf den Schicksalsinseln erwacht. Und wir sollen ein Floß bauen, weil Riko und Kairi das wollen. Da ist Kairi und irgendwo da ist Riko. Warte, da, seht ihr? Da! Und ja, wir brauchen zwei Baumstämme. Wir haben einen schon gefunden, der lag irgendwo genau hier. Ein Seil und ein Laken. Und ja, wir könnten theoretisch jetzt einfach losgehen und das alles suchen und weitermachen, aber unterhalten wir uns nochmal mit jedem hier. Hallo! Ah, der Riko fühlt sich großartig. Okay, schön. Was treibt ihr denn so? Man sieht euch gar nicht mehr aktuell gefällig. Wir waren beschäftigt. Okay. Warum nicht? Na bitte, so gefällst du mir. So, anvisieren. Sehr schön. Kinder kloppen, warum nicht? Weil wir es können. Und wir haben übrigens ein Holzschwert anstatt unser Awesome-Schild, wo ich mich da und beschwert habe. Ja, wie du willst auf mich zukommen. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich lange bin. Oh, dein Seil ist irgendwie verbuggt. Man dreht sich die ganze Zeit in der Hand. So, hier haben wir zum Beispiel Waka aus meinen MC10. Warum die alle Kinder sind? Keine Ahnung. Hey, was ist passiert, Mann? Okay, das klingt sehr komisch. Hey, Lust auf eine Runde? Klar, spielen wir. Spielen ist Kinderkram. Das hier ist ernst. Toternst. Ich hole meinen Ball raus. So. So kann man übrigens effektiv leveln. Ich treffe ihn damit nicht. Ach, Mann. Dann gehe ich ihm so auf die Schloss, Mann. Was er so gewollt. Ach, Mann. Mitten in die Fresse. Pff. Ja. Der hatte einen sehr komischen, harten Tag, ne? Ach, Mann. Ich will immer zurück damit treffen. Bin ich ja schon beinahe tot, Mann. Ja, wie man sieht, das Spiel beertet sich ein bisschen. Wo ich ja gerade auf die Fresse kriege. So, da war knapp. Ach, Mann. Wo ich nicht... Wo ich hier so rumspiele. So, dann reden wir mal mit den Knaben da oben. Die ganze Zeit rumfuchtelt wie ein aktiver. Hi, Tidus aus Final Fantasy 10. Ach, so gemeiß. Übrigens, hier ist ein Seil. Ja, damit. Ah, ich drücke meiß. Hey, Sora, wie was mit einem kleinen Wettkampf? Du hast es so gewollt. Na gut, fangen wir an. Ich guck zu in den. Ich glaube, den kann man eigentlich durch Post-Button-Mashing hier erledigen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ups. Was willst du denn? Mach dir einfach aus und dann... Dann greif ich nicht an. So einfach geht dann, ne? So, zack. Das war es dann auch für ihn. Aber kann man wissen, das ist das Schwierigste, weil ich dann noch im Rumalban war. Wahrscheinlich. Theoretisch gibt es hier noch einen Kampf, den man machen kann. Also noch zwei Kämpfe, aber den einen, den mache ich gleich. Und die anderen, den können wir zum späteren Zeitpunkt immer noch machen. Deswegen lassen wir das erst mal. So. Hier haben wir das große Laken. Äh, ich versuche gerade herauszufinden. Schade. Äh, wo nochmal der letzte... Ach ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, es ist ja gut. Ist gut. Äh, da. Rico ist auch schön. So, Dreieck. Hast du alles gefunden, was wir für das bloß brauchen? Ich habe meine Sachen keine gegeben. Hey, Sora, ein kleines Duell. Ich schnaff dir dein Schwert. Okay, kannst du haben. Jetzt zeige ich, wer der Schimpin ist. Zeigt sich. Fertig oder nicht? BAMS, BAMS, BAMS. So. BAMS, BAMS. Von dem Angriff sollte ich aufpassen, der tut nämlich weh. Ich meine, gucke ich mal seine Schuhe an. Ist doch klar. Da fängt man, ne? Wie, komm da runter. Ich glaube übrigens nicht von der Insel herunterfallen, weil sonst habe ich verloren. nicht im baum hauen ich dachte dass der mit darunter das muss ich auch passen weil ich habe eine portion aber ich will nicht unbedingt benutzen ja und ich habe verloren allerdings gibt es auch jetzt nicht einmal gewinnen möchte ich auf jeden fall so nicht ich habe so nach vier angriffen oder so geht der am boden und macht den angriff ja wir haben noch ja 1 2 3 hier sind doof eigentlich nur zählen 1 2 3 hier das war immer auch jeder die tech punkte kommen übrigens mal verdammt beim blocken ja wir sollten von da aus jetzt mal wenn ich die tech punkte kommen wir dann bekommt sozusagen eine erfahrung oder wenn er weiß ich kann zwei oder so stehen eigentlich zwei erfahrungspunkte tech bedeutet sozusagen erfahrung jetzt tut er schon eine einschlag umfallen in your phrase in your das war nicht ich weiß portion halten soll wir könnten jetzt theoretisch dutzende male gegen den kämpfen um potions ab zu sagen aber da brauchen man nicht da brauchen wir nicht noch mal weiter mit der story wenn ich überhaupt vom level up entfernt nächste stupe 20 das ist noch viel ich habe 5 und 6 ok mehr abwehrkraft wieder ins gold danke so ich habe heute auch fast gefunden hier das wird dir halb hoch wieder wollen wir heute aufhören ja auch nach hause ja es ist schon spät wir machen es morgens ende aha schön so kairi's home ist out there somewhere right could be we'll never know by staying here we have to something else so 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 sind das gedanken gemacht bis jetzt lasst los und haste zu anderen anderen qubeln machen da irgendwas so so Ich weiß, dass es andere worlds gibt, dann ist es nur ein Stück von etwas größer. So, wir könnten einfach so schnell enden auf irgendwoher, oder? Ich weiß nicht. Genau. Das ist deshalb, dass wir da rauskommen müssen. Wir sitzen hier hier nicht ändern. Es ist die ganze Zeit, also wir gehen. Du hast schon viel gedacht, nicht wahr? Dank an dich. Wenn du hier nicht gekommen hättest, hätte ich wahrscheinlich nie gedacht, dass ich davon davon nicht gedacht hätte. Kari, danke. Du bist willkommen. Du wolltest einen, nicht wahr? Ist das einfach nur so ein paar Inseln? Wenn zwei Leute einen teilen, dann werden ihre Besten entgegen. Sie bleiben ein Teil unseres Lebens, egal ob was. Komm schon, ich weiß, du willst es versuchen. Was hast du gesagt? Eigentlich hast du gerade das Ding mit mir geteilt, deswegen sind wir jetzt irgendwie verknüpft. Oh mein Gott! Ich weiß, ich bin ja am rummeckern. Ist natürlich alles nur sarkastisch und so gemeint. Ach ja, Disney gibt es auch noch in dem Spiel. Dürfte nicht zu ernst nehmen, wenn ich sowas sage. Ich liebe dieses Spiel, ganz ehrlich. Wir haben ja Donald the Duck. Ja, viel Spaß beim Öffnen. Aha. Oh mein Gott, epic plot twist. Neues. Diese Stadung. Wie ist das? Ein Stadius. Alles klar? Was ist das? ... ... ... ... ... Anscheinend nicht so erfreuliche Nachrichten. Hey there Arnold, good morning. We got a bomb you beauty, but don't tell anyone. Wing Minnie? Not even a dream. Daisy? No, and stop secret. Oh, good morning ladies. Gibt es eigentlich irgendein anderes großes Spiel, wo, weiß ich nicht, Donald oder Goofy vorkommen? Ich meine, gibt es so... Ich habe mal früher so ein für PS1, so ein Donald Duck Spiel. Hat was Spaß gemacht. Drop-and-Run mäßig. Und so ein Goofy-Spiel hier, keine Ahnung, da muss man irgendwie im Haus oder so irgendwelche Sachen machen von dem. So. Hi, Selfie. Hey, Sora. Habt ihr über den legendarischen Kraft des Pau-Pu-Fruits gehört? Sie sagen, wenn du es mit jemandem wirklich interessiert, es bindet dich zusammen, immer und immer, durch Eternität. Es ist so romantisch. Okay, aber bitte nicht mit mir. Ich habe wahrscheinlich schon mit Rico geteilt. Deswegen, ja. Na, Waka? Ich und Tidus, wir werden heute ein kleines Explorung machen. Du weißt, das sechste Ort auf der Basis von diesem Baum. Es muss da sein, ja? Eigentlich hab ich ihn grad besiegt. Wahrscheinlich sind nur seine Sprung die ganze Zeit gespannt. So, Latte, nice. Keine Runde, eher 3 gegen mich. Okay, du wolltest es so. Oh, Mann. Wenn ich nur wüsste, Windhauer. Ja, als erstes kaputt haue. Stimmt. Ach, Mann. Warum versuche ich das eigentlich? Dauern. Ja. Jetzt werde ich... Ich dachte, ich werde das Selfie treffen. Ich habe ihn noch früher mal getroffen damit. Versehen. Dann kann ich schon vergessen. Ja, okay. Ja, warte. Da komme ich noch drauf zurück. Ne, warte. So. Kokofrucht. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich wollte schon Spoiler, als ich hier so Sachen sammeln. Aber egal. Gibt es hier noch irgendwas? Kommen wir mal weiter in der Story. Ich weiß übrigens nicht, wann ich das Video hochlade. Kann sein, dass ich schon ein bisschen im Voraus aufnehme. Ich weiß nicht. Mach mal das. Ey, so. Unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen. Wie war es mit Hygien? willst du es ein excalibur keine ahnung ich bin ehrlich gesagt gar keine gedanken drüber gemacht was weiß ich immer auch nach dem schwert kann ich löschen als karl und immer nach dem schwert wir sind nicht direkt ein schwert aber was soll ich noch hatten auch heute oder hat ragnarok ragnarok ich naja ragnarok wie wärs mit also wie immer dann mal los was denn schon wieder ok ich bin der schiedsrichter die üblichen regeln ihr könnt jeden weg nehmen so aber gucken ob ich das noch kann er als erster die marke berührt und wieder hier ist hat gewonnen das geht nur in den kopf von riko vor ich gehe mal eiskalt hier unten lang ja das hat runtergefallen frage ist jetzt ist er runtergefallen müsste eigentlich klappen so wie ich das jetzt hier mache außer ich fall da runter dann ist das nicht gut ja auch schon da sehr schön oh mein gott ist der langraum ah da ist er ja ja you too slow riko ha 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 ah schön jetzt steht zwei zu eins bämms! Diamant oi bleib locker es ja bloß ein arme ey was für ein beschissener verlierer was ist aber das mit der pappen mein scherz sein gesicht sehen soll es mit noch einem rennen oder so war doch nur ein scherz so diamant machten die am antwort ich sollte vielleicht die potions hier reinholen und hat high portion obwohl ich das weil dann bestimmt nicht brauche dann geht es an der mann zieht kostbar aus ich glaube ich weiß wo ich den gebrauchen kann da sind jetzt sammeln wir mal einfach so ein dass ich nicht wüsste wofür ich den bauch du kommst mal her weil oma schön ist gesehen und ich habe könnte mir gleich sehr gut helfen ok so ich wusste es mal unsere erste ausrüstung abwehr ich könnte in den kampf gegen diese drei bastarde eigentlich sehr hilfreich sein aber immer mal hoch verzeihen was hier ist nichts besonderes so der ist hier dem weg gegangen er hat einfach sich hat recht das ding hier geschnappt und ist hier rüber gehören aber ich war ja runter heute sammeln wir probieren für unsere reise also so was du suchst ein paar ein paar pfeil drei pilze zwei koko früchte drei fische und für das hier betrinkt was auch wenn ich aus dem mehr alles hier her wenn du nicht verbrauchst frag einfach okay boah da ist ein pilz wir haben zwei pilze wir haben ein paar pfeil wir haben zwei kokosnüsse glaube ich koko früchte meine ich entschuldigung 1.000 mal entschuldigung ja dann brauche ich noch drei fische fische ich esse doch gar kein fisch warten wir sind voller geräten und fleisch ja fisch ist fleisch nur vom fisch halt so da ich dachte ich dachte dass was sich da bewegt ist ein fisch das spiel fängt noch ganz schön langsam an muss ich sagen dafür wird es umso mehr awesome später du kommst 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 so weiter boote die werden jetzt haben wir die mitnehmen zu unserem floß nach die tust hier war der tit nach wenn wir vorher nie aufgefallen ist nicht irgendwie um video gesehen so weiter nicht alles falsch mit kingdom hearts irgendwie in 27 minuten everything wrong mit kingdom hearts in 27 minutes so kann ich auch nur empfehlen natürlich nur an leute die hat spiel schon gespielt haben auch an aber die postkette zeigt schon mal die tut schon so einen kleinen unterschied machen nein kämpft doch nicht mann seit drei vorgegen dann sein ich steige auf einem schack aus und sind viel stylischer das wird den poten einsetzen machen wir schon voll selten klima nirgends wo er bleibt hier wo er geht mir auf den armen lass mich in ruhe ich bin ganz schön schwer auf profi ich bin ganz schön schwer auf profi ich bin ganz schön schwer auf profi ich hätte ich auch nicht sofort auf varka losgehen sollen hergeblieben mann mit den hoch stehenden haaren kann ich mir aber auch genervt ich bin ganz schön ich bin ganz schön ich bin ganz schön mit meinen high potion hier verwenden boah auf profi sagt gar nicht so einfach wenn man macht noch nicht pause wie anlässt weiter wenn man sich in meinen high portion ist mir egal es ist ja nicht so als wäre spiel unmöglich ohne high portion und so muss ich halt ein bisschen mehr aufpassen ich will aber erledigen und ich möchte nicht irgendwie unnötig grinden ich kämpfe gerade mit bootstrategie fällt mir gerade auf ich kriege kein level up ich verliere trotzdem noch die ist erledigt jetzt nur noch zielos so meine güte ich glaube ich kriege ein potion aber potion halten ja sehr gut da hat sich voll gelohnt irgendwie nicht ok so status 3 na gut würde ich sagen ich weiß wo sich der letzte pilz befindet so ok hier ist niemand drinnen glaube ich na gut dann würde ich sagen wir spenden den part hier und wir sehen uns dann in der nächsten folge wo wir dann den letzten pilz sammeln werden für das flot für den probieren meine ich ich bedanke mich alle herzlich für die zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge ja 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 ja